An meinem Beruf gefällt mir, dass es sehr vielfältig ist. Man kann am Mech helfen, Motor ausbauen, Getriebe ausbauen, Kupplung ersetzen, auch Glühbirne ersetzen oder auch mit Kunden Fehler diagnostizieren und mit Geräuschen oder auch Navigationssysteme einbauen, Soundanlage einbauen. Das gehört alles dazu. Interesse für Autos braucht man auf jeden Fall für so einen Beruf. Autofahren, man muss viel hoch und runterfahren, Probefahrten und sicher gerade die Mechanik, wie funktioniert das Auto, weil sonst hast du eigentlich nicht so viel davon. Was wichtig ist, Räumlichverständnis natürlich, gerade wie man einen Motor sieht, oft sind Bilder dann halt so aufgeschnitten, muss man halt wirklich verstehen, wie so etwas jetzt funktioniert. Bei uns bewerben sollte man sich, weil es sehr lustig ist. Es ist sehr vielfältig. Man hat Dieselmotoren, Benzinmotoren und Vollelektrofahrzeuge, wie auch Hybridfahrzeuge. Es wird einem geholfen, wenn man Hilfe braucht und es sind alle sehr sympathisch. Bei meiner Arbeit macht es mich stolz, wenn ich wirklich fertig geworden bin und ich auf die Probefahrt gehe und ich merke, es läuft wirklich alles perfekt. Ich weiss, es funktioniert alles und wenn der Kunde dann sicher fahren kann, das ist eigentlich das Wichtigste. Das macht mich dann auch stolz.